Hallo, ich bin die Christa, ich bin im Vorstand vom Rückenwind Genossenschaftsverband. Wir glauben ganz fest daran, dass das richtige Wirtschaften, das enkeltaugliche Wirtschaften, das solidarische Wirtschaften ganz besonders gut mit der Rechts- und der Genossenschaft geht. Und weil wir gefunden haben, es gibt jetzt keinen Verband in Österreich, der das richtig klasse unterstützt, haben wir Rückenwind gegründet. Und am 14. September, da werden wir da sein, aber noch viel wichtiger, da werden ein paar Genossenschaften da sein, die bei uns im Verband sind. Und da sind wir so wichtig zum Angreifen und man kann lernen, warum das die bessere Rechtsform ist, warum das gut funktioniert, vielleicht auch welche Probleme die gehabt haben und wie sie sie gelöst haben. Deswegen, ich tolle Leben!